Mein Name ist Günter Erdmann, ich bin Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator hier bei Schlamann von Geisow, einer mittelständischen Kanzlei, die in der Metropolregion Hamburg tätig ist. Viele werden sich fragen, was es mit der Mediation auf sich hat oder was darunter zu verstehen ist. Letztendlich kann man das praktisch beantworten, weil jeder, der schon mal vor Gericht gestanden hat, wird sich überlegt haben, ob es sinnvoll ist, dort hinzugehen, weil meist bekommt man Steine statt Brot. Der Mediator ist jemand, der keine Lösung präsentiert, sondern der die Parteien auf den Weg führt, wie sie gemeinsam zu einer Lösung kommen. Der Mediator ist in der Lage, durch bestimmte Kommunikationstechniken die Konflikte herauszuarbeiten, die dahinterliegenden Interessen und möglicherweise über die Interessenfindung dann mit den Parteien eines Konfliktes gemeinsam eine Lösung zu finden. Es ist ein sehr effektives Verfahren und man muss sagen, die Erfahrung zeigt auch ein sehr erfolgreiches Verfahren, weil 80 bis 90 Prozent aller durchgeführten Mediationen, zugegebenermaßen noch nicht sehr viele im Wirtschaftsleben, werden erfolgreich durchgeführt. In einem Zeitraum von Stunden, halb oder ganztags. Die Kosten sind auch sehr überschaubar, weil man muss damit rechnen, dass man je nach Zeitaufwand, Ort des Treffens, Fahrtkosten, Unterbringungskosten mit in der Regel einem Betrag auskommt, der den Betrag von 5.000 Euro nicht übersteigt. Das klingt auch sehr viel für viele, aber ich muss sagen, es ist eine sehr gute Chance, es ist gut angelegtes Geld, denn jeder wird wissen, wenn wir als Berufsträger und Anwälte unsere schwarzen Kittel anziehen, dann wird es in der Regel teuer, aufwendig, zeitaufwendig und was bei Gericht herauskommt, wird zunehmend auch schwieriger und unkalkulierbarer. Gerade im unternehmerischen Interesse, muss ich sagen, ist es sehr wichtig, den Konflikt über eine Mediation zu versuchen zu lösen. Dieses Modell kommt letztendlich aus den Vereinigten Staaten, aus den angloamerikanischen Ländern, dort sehr erfolgreich eingesetzt und erprobt und ich verwende in meinen Verträgen heutzutage Klauseln, die ausschließlich oder mehrheitlich vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung den Weg in die Mediation vorschreiben. Wenn Sie dazu Fragen haben und auch meinen, dass Mediation der richtige Weg in die Zukunft ist, als alternatives Konfliktlösungsmodell, setzen Sie sich gern mit mir in Verbindung. Ich würde gern mit Ihnen ein wenig darüber plaudern.